Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es weiter mit Fotografieren lernen. Heute mit dem Thema der A- oder AV-Modus. Los geht's nach dem Intro. Wenn du Fotografie-Einsteiger bist, kann es gut sein, dass du im Automatik-Modus fotografierst und dich ein bisschen weiterentwickeln möchtest. Der Automatik-Modus hat auf jeden Fall den Vorteil, man kann nicht viel falsch machen. Die Kamera macht eigentlich alles grundsätzlich richtig, stellt alles ein, stellt die Blende ein, stellt die passende Zeit ein und den ISO-Wert dazu. Du bist aber nicht kreativ oder kannst nicht kreativ handeln und kannst dem Bild nicht einen besonderen Look oder deinen eigenen Look verleihen und kannst auch nicht bestimmen, wie viel scharf es ist. Deswegen würde ich auf jeden Fall den A- oder AV-Modus empfehlen. Das heißt, du stellst die Blende ein. Die Blende bestimmt, wie scharf das Bild ist. Also ich fülle mir jetzt hier gerade mit einem 55mm 1.8. Da ist extrem wenig scharf. Also wenn du siehst hier nur der Kopf, da beim Schultern fängt es schon an unscharf zu werden und der Hintergrund ist unscharf. Das finde ich vom Look sehr, sehr geil und ich mache das auf jeden Fall sehr gerne, mit Offenblende zu filmen oder zu fotografieren. Ist auf jeden Fall echt schön. Wenn ich jetzt die Blende zumache oder mehr zumache, dann habe ich mehr scharf im Bild, aber habe halt diese schöne Unschärfe nicht mehr. Brauche aber wieder mehr Licht, um ein hell genuges Bild auf den Sensor zu bringen oder die ISO-Zahl wird halt erhöht. Also das heißt, die Lichtempfindlichkeit, das kommt noch aus der analogen Fotografie, die Lichtempfindlichkeit des Filmes wird erhöht, bringt aber auch mehr Rauschverhalten. Das heißt, je offener die Blende, umso kleiner ist die Zahl und umso kleiner ist auch die ISO-Zahl. Das heißt, du hast ein rauschärmeres Bild, hast aber wenig Tiefenschärfe. Es gibt die Zeiss Batis-Reihe, die finde ich sehr geil, da habe ich auch mehrere Objektive. Die zeigt bei der manuellen Fokussierung, zeigt die an, wie viel scharf ist im Bild. Das heißt, wenn ich jetzt manuell irgendwie auf die Augen scharf stelle, zeigt mir das Display oben an, ich habe noch ein oder zwei Zentimeter, ein bis zwei Zentimeter vor dem Fokuspunkt und ein bis zwei Zentimeter nach dem Fokuspunkt zur Verfügung oder das ist der Schärfebereich. Wenn ich die ISO-Zahl, nein, die Blendenzahl da auch ändere, erhöht sich auch dieser Schärfebereich. Sehr wichtig ist auch, du musst dir überlegen, vorher, also welche Blendenzahl verwende ich für was. Also wenn man jetzt zum Beispiel Menschen fotografiert oder ein Objekt fotografiert, also in dem vorderen Bereich irgendwie scharf haben will oder einen besonderen Teil, irgendwie das Markenlogo, dann empfiehlt sich auf jeden Fall eine kleinere Blendenzahl, eine offenere Blende. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Landschaft fotografierst oder ein Gebäude, dann würde ich auf jeden Fall die Blende mehr zumachen, damit du mehr Schärfe hast im Bild. Früher gab es auch diesen Spruch, wenn die Sonne lacht, nimmt Blende 8. Ja, ist auch der Vorteil, also diese mittleren Blendenbereiche sind bei den meisten Objektiven die stärksten, also die schärfsten, die sichersten, die besten einfach. Das heißt, bei denen hast du dann Qualitätsverlust, wenn du die offene, wenn du eher mit offenen Blenden fotografierst, aber bei teuren Objektiven kannst du auch offene Blende fotografieren und hast trotzdem geniale Ergebnisse. Ich würde dir auf jeden Fall den Tipp geben, probiere es selber extrem viel aus. Einfach teste, 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 teste. Verändere die einzelnen Parameter, verändere mal die Blende. Dann schau, was macht die geschlossenere oder offenere Blende mit meiner Belichtungszeit. Und wie verändert sich dazu dann das ISO, also die ISO-Werte, das ISO-Rauschen. Und bei den meisten Kameras kannst du auch das ein bisschen steuern. Das heißt, du kannst den ISO-Wert begrenzen, irgendwie sagen, ich gehe nur bis 8.000 oder ich gehe nur bis 16.000. Die neueren Kameras gehen bis ISO 125.000, da kannst du relativ dunklen Raum fotografieren, hast aber ein sehr rauschiges Bild, also ein sehr gepunktetes Bild. Kann für den einen oder anderen Look vielleicht auch ganz cool sein, wenn man irgendwie dann die Kamera auf monochrom stellt, also auf schwarz-weiß und ein paar Punkte hat, kann man auch mit einer größeren ISO-Zahl fotografieren. Aber wenn dir jetzt wichtig ist, dass das Bild rauscharm ist, dann dürfte die ISO-Zahl nicht so hoch sein. Wichtig ist auch die Belichtungszeit. Man sagt immer, eigentlich das Doppelte von der Millimeterangabe auf dem Objektiv sollte die Belichtungszeit sein. Also wenn ich jetzt ein 50er Objektiv habe, dann sollte die mindeste Belichtungszeit um die 80 bis 100 sein, um ein einigermaßen scharfes Bild im Normalzustand zu kriegen. Also es reicht nicht für Sportfotografie, da brauche ich irgendwie ein 2000-Zahl oder einen bewegten Hund oder ein bewegtes Kind, was gerade vorbeirend, da braucht man auf jeden Fall eine kürzere Belichtungszeit. Probiere einfach mit den Parametern herum und schaue, was dir auch gefällt. Also viele sagen, ich habe Auftragsarbeiten gehabt, die waren gut, die waren sehr gut. Also ich war sehr zufrieden damit und der Kunde hat gesagt, wo, irgendwie ist das Bild so unscharf. Naja, der hat sich halt ein komplett scharfes Bild erwartet und halt nicht punktuelle Schärfe. Aber es ist halt gerade dieses Können von einem Fotografen punktuell da, wo es wichtig ist, scharf zu stellen und den Rest in einem schönen, smoothen Bouquet verschwimmen zu lassen. Aber auch das ist Geschmacksfrage. Einfach ausprobieren. Wir sind am Ende von dem Video. Es wird noch viele weitere geben zum Fotografieren, Lernen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und likest. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020